Willkommen hier in Bochum, im UCI. Ihr seht, was hier los ist. Wir haben das ganze Ding in Haus verkauft. 3.500 Leute. Mal bitte Alarm machen hier. Das ist in Bochum. Das ist in Bochum. Erstmal in Bochum war wirklich völlig absurd. 13 Kinosäle so durchgerauscht und man hat so T-Shirts rumgeworfen. Das war wirklich extrem. Also 3.500 Leute, die da waren, waren ausverkauft und kam auch gut an. Das war geil mit Moritz. Wir haben eine ziemlich gemeinsame Humorfarbe entdeckt und darauf haben wir halt aufgebaut. Ich werde keine Scheiße, ey. Im Mittelpunkt stehen. Das fühlt sich gut. Wie ich das eben gemacht habe. Einfach mal so. War klar. Das war so klar. Wir zwei sind ein super Trio. Äh, Quartett. Ich bin total happy. Also ich habe ja das Drehbuch gelesen und wusste, ich will bei diesem Film ein Teil sein. Das war toll. Ich will den zweiten Teil. Das war toll. Das war toll. Ich glaube, du musst jetzt noch was sagen. Irgendwas. Das ist ein bisschen scheiße. Mach das mal so. Moritz Leitroy, Axel Stein sind das neue Dream Team des deutschen Kinos. Ich persönlich finde, das ist Peter Tomas bester Film. So. Wir gehen einfach rein. Der Film ist gut. Also alle ins Kino gehen. Ich bin ganz verschillend. Ingo. Wo ist die letzte Teil? Ich bin sehr sicher.